Hallo ihr Lieben! Heute tatsächlich noch mal ein ganz kurzes Video aus einem besonderen Anlass. Heute auch ohne Bromben, sondern hier ganz in der Nähe. Ihr könnt es vielleicht im Hintergrund sehen. Die Burg Griebstein in Sachsen, eine, so wie man liest und hört und immer sagt, schönsten Burgen, die wir hier in Sachsen zu bieten haben. Ja, aber deswegen gibt es das Video heute nicht, sondern wie die meisten von euch wissen, die diesem Kanal bereits folgen, mache ich das seit etwa einem Jahr. Also seit einem Jahr beschäftige ich mich mit dem Thema Faltrad, mit dem Thema Bromben und mache dazu kleine Videos. Immer noch sehr amateurhaft, das bitte ich mir nachzusehen, aber es macht mir trotzdem viel Freude. Umso glücklicher und umso fröhlicher bin ich, dass inzwischen über 400 Leute diesen Kanal abonniert haben. Ich immer wieder auch Rückmeldungen von euch bekomme. Das macht richtig Freude und das ist auch eine Anerkennung der Arbeit, die dahinter steckt. Jeder, der von euch selbst schon Videos geschnitten hat und nachvertont hat, weiß, dass da jede Menge Zeit und auch Herzblut drinsteckt. Herzblut drinsteckt. Ja, deswegen nochmal ein herzliches Dankeschön. Auch nur ein ganz kurzes Video dazu. Ein kleiner Ausblick. In den nächsten Tagen beschäftige ich mich mit der Planung der nächsten Radtour. Von Passau nach Bratislava wird es gehen, gemeinsam mit meiner Frau. Darauf dürfte euch schon freuen und auch gespannt sein. Ich hoffe jetzt auf gutes Wetter und sage nochmal, vielen, vielen Dank fürs Abonnieren, für eure Kommentare und Hinweise. Bleibt gesund und bis bald. Vielen Dank, euer Frank. Bis dahin. Tschüss.